so hallo und herzlich willkommen ihr seht schon ich und tobi mit der versprochenen angespielten folge von fifa 14 wir spielen paris gegen dortmund ihr seht schon am layout hat sich minimal was verändert kann man wirklich sagen die grafik ist ganz bisschen besser geworden sie haben die schrift ein bisschen anders gemacht es gibt neue skillspiele in denen ich hart fehle wie ihr schon seht es gibt neue skillspiele man kann neue tricks machen aber die lauf engine hat sich grundlegend verändert die ballkontrolle ist viel schwieriger geworden aber dazu sagen wir gleich noch mehr ja also zu den aufstellungen ist es bisher nur die fifa 14 demo die wir gerade anspielen also von der aufstellung her und von den teams wird ja noch einiges dann im richtigen spiel noch kommen man hat glaube ich eine minimale auswahl in der demo ich glaube von acht oder sechs teams also nicht unbedingt sehr viel ja genau aber die lauf engine ist wirklich ganz anders ist es viel schwieriger tor zu schießen muss man wirklich sagen also kommt mir jetzt auf den ersten eindruck für den ersten eindruck mal so vor würde ich jetzt mal so sagen die pass engine ist auch richtig schwer ich finde auch gerade ich fehle schon ein bisschen also es ist extrem schwer man muss sich extrem konzentrieren auch wirklich dabei es ist manueller geworden noch ein bisschen aber ich finde auch irgendwie die ballkontrolle das ist ja quasi fast dasselbe wie pass technik ist sehr schwer also es ist sehr schwer es ist sehr schwer konsequent den ball anzunehmen und da irgendwas draus zu machen dafür sind irgendwelche wie solche sachen wie zum beispiel weitschüsse in den ziemlich gemoddet worden und da fällt direkt das 1 0 von kawani in der hälften eigentlich ganz komisch weil ich hatte auch immer das gefühl die ecken werden auch immer schwerer geworden weil ich habe immer auch das problem mit ecken ja vielleicht haben sie das jetzt auch noch mal runter gewünscht also ich finde ich muss wirklich noch mal einen guten mittelweg finden dass es so wird das hat realistisch ist aber ich finde es jetzt auch gut dass es schwerer ist dass viele tore fallen denn in echt ist das ja auch so vor allem weil ich habe das gefühl man bewegt sich nicht mehr so schnell fort heißt das heißt man kann nicht mehr so in einem rausch über die über das komplette feld trennen so wie vielleicht in fifa 13 virtual court zum beispiel ja weil die verteidiger holen dann auch immer viel schneller auf also es ist mir entweder aufgefallen entweder sind die verteidiger jetzt raffinierter oder die stürme einfach blöder geworden oh 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 ey was soll man da machen was soll man da machen ich habe keine ahnung ich komme einfach mit fifa 14 nicht zurecht ich werde wahrscheinlich wenn wir tobi top weitermachen werde ich einfach so fehlen also auf den ersten blick habe hasse ich wirklich fifa 14 auf jeden fall die demo weil ich komme einfach nicht mit zurecht ich komme mit den Pässen einfach nicht klar es tut sich einfach an wie ein ganz ganz neues spiel ja die engine ist es ist ein bisschen wabbeliger so kann man es sagen ich schaffe einfach gar nichts ja also wie es geht wie die spieler laufen und so weiter das ist mir auch noch nicht also das ist wirklich eine sache des handlings und der übung ich finde das ist eigentlich ziemlich neues gefühl es wird sich alles so ein bisschen träger schwieriger an und ich glaube dass dem spiel fehlt einfach die geschwindigkeit ist einfach vollkommen rausgenommen worden ja das finde ich eigentlich auch ganz gut das macht das ein bisschen realistischer also beim letzten spiel da konnte man dann wirklich so über kilometer weit drin und weiter aber hier ist das halt nicht so ja das macht es aber natürlich auch ein bisschen schwerer was ich was ich am schlimmsten wirklich finde ist das mit der passsteuerung ja es ist nicht schlimm also ich finde es nicht schlimm aber es ist einfach nur mal eine herausforderung mehr und die engine ist halt anders und wir müssen uns jetzt einfach nur umgewöhnen schade war eine schöne aktion zum beispiel müssen wir uns jetzt umgewöhnen je nachdem wie doll und wie lang man drückt auf die tasten und so weiter und wie die spieler laufen habe ich ja haben wir jetzt schon mehrfach erwähnt dass das jetzt eine große umstellung für die meisten FIFA sogar ist aber so war es halt bei jedem FIFA vor allen dingen das abschließen verändert sich in jedem FIFA immer wieder neu das finde ich immer interessant also zum beispiel konnte man zum beispiel konnte man in FIFA 12 ganz gechillt schon halbzeit ja bei der demo ist es so drei minuten spielzeit auf jeden fall konnte man bei FIFA 12 zum Beispiel ganz gechillt immer die bälle flach mit RB in der ecke schießen das kann man jetzt zum Beispiel bei FIFA 13 und FIFA 14 nicht mehr so dafür sind irgendwie Weitschüsse mehr gepatcht worden also diese schuss engine die ist auch sehr interessant und die ballführung aber das ist halt die sachen die auch schwer nachzumachen sind und das finde ich auch gut dass sie daran noch mal gearbeitet haben ich meine die grafik die entwickelt sich ja natürlich weiter da habe ich ja gar keine zweifel aber solche sachen da muss man auch immer mal ein bisschen daran arbeiten jetzt vielleicht mal ein tor nein schade was mir auf jeden fall auch aufgefallen ist in FIFA 14 wird das neue das heißt nennt sich tactical defending eingeführt das sozusagen so man wie du schon vorhin sagt es wird alles manueller und man braucht jetzt das richtige timing um sozusagen dem spieler den ball abzunehmen und das ist und damit komme ich überhaupt nicht zurecht weil vorher konntest du bei FIFA 13 einfach mit alles zustellen jetzt ist es schon extrem schwer hier sieht man das dann auch schon dass das alles langsamer wird statt einfach drauf zu schießen muss er erstmal den ball langsam annehmen aber im großen und ganzen gefällt mir FIFA 14 muss jetzt eigentlich mal sagen weil Tobias hier die gerade die ganze zeit so ein bisschen steckert das liegt daran dass er zwei nur hinten liegt ja also es muss man sagen es ist einfach gewöhnungsbedürftig ist es kein schlechtes spiel ist ein gutes spiel aber man muss sich halt wie wie bei der umstellung mit jedem FIFA spiel erstmal einspielen erstmal daran gewöhnen und ich schätze mal es wird vielleicht noch was im vergleich zur demo ich schätze mal da verändern sie auch noch was ja glaube ich auch aber um dass sie fest sind dass FIFA kommt erst ein paar tagen raus mal schauen um um vielleicht ist es ist wieder auch schon oben beziehungsweise erst oben wenn sie war schon draußen ist mal schauen um ja also um mir gefällt es eigentlich um ja ich wollte gerade noch irgendwas sagen ich habe es vergessen ja wir sind ja auch schon fast in der achtzigsten durch diese drei minuten verfliegt die zeit enorm ja wir müssen jetzt langsam rein aber guck mal genau jetzt ist mir wieder eingefallen was ich sagen wollte beziehungsweise einbringen wollte ist Tobias du bist jetzt vielleicht ein bisschen schlecht drauf weil du schon wieder hier 2-0 hinten liegst aber in FIFA 13 da hat dir das zwar auch Spaß gemacht und du hast gute Kontrolle drin gehabt aber da hättest du jetzt schon viel höher hinten gelegen und ich war auch alles in allem ziemlich effizient und deswegen ist 2-0 eigentlich ziemlich wenig für meine verhältnisse und für unsere verhältnisse was die ergebnisse immer so gesagt haben bei uns interessant ich verstehe zwar nicht warum das Freistoß ist aber und ich verstehe auch nicht warum dein Spieler sauer war wenn du Freistoß hast das verstehe ich auch nicht egal jetzt vielleicht noch mal ein schöner Konter ja vielleicht wie heißt nochmal der neue Spieler von Dortmund Mkhitaryan geil da sieht man wie aufgepatcht die Distanzschütze wurden tolles Tor also wenn wenn man sowas in echt machen würde so einfach dann wäre das einfach nur brillant ja das stimmt wirklich boah mit dem Außenriss naja war so schön Vollspann in den Winkel ist das Spiel endet wahrscheinlich jetzt gleich es ist wahrscheinlich 2-1 ausgegangen mal schauen auf jeden Fall ja genau 2-1 letzter Konter nochmal damit hat Tobi nochmal ein Tor gemacht hier seht ihr nochmal das 1-0 von Garani in der Elften Ecken wurden scheinbar auch so ein bisschen hochgepatcht das war mal ein 2-0 ja schön kombiniert kann man nicht sagen das letzte Tor war wirklich gut hier ihr seht schon vom Layout hat sich auch einiges bei FIFA 14 geändert man kann jetzt hier auch so ein bisschen rum scrollen ihr seht es gerade schon es ist eigentlich mal ein bisschen innovativ geworden ich kann das auf jeden Fall unterstützen hat es Spaß gemacht und ich hoffe ihr freut euch auf die Serie mit mir und Tobi Tobi tobt bei FIFA 14 haut rein ciao Tschüss gut noch mal